Und mein Solospiel? Sollen Sie jetzt schon die starten? Jetzt starte ich. Wie findest du meinen Charakter? Find ich schön. Das ist Mr. Poncho. Den halben Mexikaner, oder? Ja, mit Technik. Der hat Laseraugen. Und das ist ein laserschießender Mexikaner. Ein Mexikaner schießender Laseraugen. Was, Bruder? Ich glaube, du schültest mir übrigens noch 150 Euro. Oh shit, not good. Guck mal, da ist halt die Insel, wo wir hinfliegen. Oh, was ist das? Hä? Ja, das ist die 2. Wer weiß das schon. Ist das ein Saunahut? Ein Saunahut? Ja. Das ist ein Pilzhut, der dich vor Wärme schützt. Du willst doch in die Sauna gehen. Richtig, aber der schützt den Kopf. Naja, okay. Manchmal denke ich, ein Urläppchen vorbei. Ja, das verstehe ich. Manchmal echt heiß. Und es ist all. Anything can happen now. Watch your back. Und so was hier in der Arm. Ja du, ich bin ja grad voll drin. Und so was hier in der Arm. Scheiße. Komm, du machst es schon. Ja, stimmt. Oh. Prost, ihr Säcke. 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 Ist das geil? Ist doch geil. Aber wie sagt denn der Fabio? Ja, können wir. Das wäre geil. Oh. Zeig's doch mal an die Kamera. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Hut? Aber dann, in dieser Fabio? Jawoll. Ja, shit. Es muss lustig. Du Moll, ich muss mich jetzt mal hier ein bisschen konzentrieren, ja? Das ist ja, äh. Was denn? Kein Sinn für Humor. Nein, das ist ja High End Meta. Super, du spielst, um dir so um die Unterhaltung. Ich muss hier ein paar Schläger teilen. Ich hab übrigens Satis, das ist voll gut. Da krieg ich Lehm pro Schläge zurück. Lehm? Ja. Lehm oder Lehm? Ja, 20, 20 Leben pro Schlag. Und wenn ich jetzt grüne Tränke sammle, dann wird das dann erhöht sich das und das ist extrem gut. Ich muss grüne Tränke sammeln. Hallo? Mal hier ein Hähnchen essen. Hähnchen? Hm. So. Wo können wir looten? Hier ist eine Kiste. Da ist, ähm, ein Grün drin. Nein, ist nicht. Ja. Ein grünes Buch. Ja, ein grünes Buch. Da ist, äh, stimmt. Hm, eine goldene Kiste. Oh, wie ist das? Ja, da. So was brauche ich. Das muss ich jetzt ganz viel sammeln. Mhm. 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 Das ist so gut für mich. Wenn du Sadist hast. Oh. Jawoll. So muss das. Das nehme ich. Guck's dir an. Aber Dive Kick mag ich nicht. Ich habe nämlich noch Dive Kick drin. Ja, ein bisschen mehr Schaden. Fast. Oh, joh. So ein Basis. So ein Plastik Basis. Ich habe jemanden gehört. Oh, das war eine Kombo. Oh, er hat mich. Er hat keinen Bock mehr. Der hat kein Leben mehr. Oh. Ich hab euch geschlagen! Hilfe! Ich häng mir! Entschuldigung! Was ist das denn für ein Bug? Alter! Ach, sie hat sie! Der Krüle, den brauch ich! Ich hab's aber gekriegt! Das ist gut! Da muss ich mal sehen! Shit! Abmarsch! Irgendwo hier ist er! Oh! Oh da! Nein! Das war eher so semi-geil. Oh, da liegt er! Oh ja! Ulti? Ulti aufladen für nachher? Das ist gut! Ulti-Trunk! Ja, du hast schon die... Ne, warte, das weiß ich noch nicht. Damit hat man denn sofort die Ulti oder was? Ne, deine Sterne laden sich ein bisschen auf, aber nicht komplett. Ach so. Aber ist aber schon ein Stück. Warum ist er? Oh ja. Das Hähnchen? Das nehmen wir mit? Oh no! Oh no! Ja, gut. Ist der neu? Ja, der ist neu. Es kamen auch ein paar neue Waffen dazu. So voll OP-Waffen und so ein Mist, so zum Beispiel so ein Key, so ein Baseball-Key. Ne, das ist so ein riesiger Schüssel, aber mit dem kannst du übelst die Kombo drücken. Ne, ihr müsst wissen, ich hab das Spiel vielleicht ein-, zweimal gespielt, aber... Ne, der kennt's ja nicht aus. Ich steck in dem Spiel echt noch nicht. Scheiße. Komm, lass mal in Ruhe den Typen. Ein bisschen Schaden auszahlen. Oh ja! Huh! Ja! Hallo! Oh! 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 er muss doch gleich tot sein ja ja es dauern nur dann äußere er hat sich weggezaubert muss hier irgendwo hängen irgendwo egal wir brauchen noch ein paar das wollte ich gar nicht weil ich aufladen man habe keine ausdauer keine ausdauer man entschuldigung ich muss man auch ein bisschen bluten bei mir finden noch denke ja so in können wir uns mal noch schnell hier am wasser ist gefährlich wenn man das wasser links macht ja hier kämpft man ja schön und ich mache mal den hier auf ja den fünften es geht noch mal extra prozent 20 prozent bekommen jetzt wird das das ist ja hässlich was haben wir hier nehmen wir mal mit bist du da schon drin in den top ist ja nicht komplett nicht milch das heißt dieses weiß ich glaube ich glaube ich mache ein bisschen mehr an der klettert gleich hoch bionic aber karts eine ausdauer ich muss aufpassen dann fliegt sie und ich will leben noch neun neun person angst nein er wird mich schlagen aber bereit doch ein roten oder einen grünen das ich habe ich seinen hüttchen geklaut alle kommen hier hoch ja komm ich glaube ich habe ich habe ihn abgeworfen das ist meine hüttchen er hat um das mal auf dem baum geblieben ich komme wieder hoch was sollen diese negativere hassrede der wollte der wollte der wollte alle wollen hier alle rennen hier bloß weg kommt schon dem acht leute wir müssen nur ein bisschen schaden austeilen davon mal zumal ein bisschen und runter gekickt und da hinten liegt doch aber er hat blockt in dem moment also nein nicht mich nicht mich nein ich mich Ah. Oh, oh, oh. Mega. Oh, ist die. Sehen wir nur noch acht, Leute. Alter, Alter, Alter. Ich habe keine Ausdauer. Ich muss mal ein bisschen hinmachen. Treffer. Sieben Leute leben noch. Ja. Mist. Naja. Und? Okay, wenigstens habe ich schon mal die Ulti von ihr weggepickt. So mal ein bisschen blocken. Okay. Komm, den essen wir noch. Ja. So, wie viel Leben noch? Immer noch sechs. Das Gute ist, du bist noch full live. Äh, na, nicht ganz. Na gut, aber. Bisschen Schaden teilen wir nebenbei aus. 3000 Schaden für das nächste Perk. Ja, ob wir das noch schaffen, weiß ich nicht. Oh. Oh. Oh, tausend Schaden. Kao. Oh. Na gut. So, dann nehmen noch gut Leute. Oh! Oh. 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 die will nicht wo kommen sie bekommen ich habe angst das ist der höchste baum das ist so richtig zentrum aber ich habe das ist voll gut mit meinen angriffen die machen ja mehrere angriff auf einmal der krieg ich für jeden angriff ich glaube ich will eben krieg ich da keine ahnung ja 32 leben pro angriff junge das ist karma hier mein freund scheiße ja das ist nicht ja stimmt das stimmt das war jetzt knapp mal ausweichen kann man hier achtung meine ausdauer jawohl ich muss gar nichts einsetzen ich muss ein studio nehmen neun sekunden habe ich außerhalb fünf leben noch scheiße vorgesprungen ich hab sie nicht gesehen ich hab geblockt blöde und nicht weg okay ich muss ja mal ein bisschen aufpassen down gut scheiße was mache ich denn hier regeneriert ich habe kein leben das ist echt scheiße ich komme wenn ich auch keine ausdauer hilfe wir leben noch vier sagte das muss muss das jetzt für die zuschauen ja was schön anfängt auf dem wollen aber das ist die ja ich bin aber kann ich kann mich nicht ganz klar weiß auch nicht warum bin ich gerade ein bisschen dämlich ja längst ja ich habe ein bionic abakt hat doch bionic die omega ist das der bionic ist das schlechtere ein bisschen schaden verteilen so viel leben noch unten essen woher Das war eine Kombo. Das war alles gesnackt. Willst du die Ult noch einsetzen, das ist die Frage, du hast noch einen Frank? Ich will erstmal eine Maikämpfe, wo ist sie denn? Oh ja, das hat viel. Oh. Pass auf. Nein. Scheiße. Scheiße. Ah, nein. Das war es. Ja, scheiße. Okay. Okay. Du lebst noch? Ich lebst noch. Scheiße. Das war es. Das war es. Das war es. Das war es. Ja, 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 schön. Wir müssen mal gucken, wie viel Kills ich gemacht habe. Ich wette vier. Fünf. Sieben. Das geht gut. Ja, gut. Alles klar. Einschätzung würde ich auch sagen. Das war sehr lieb. Das war sehr lieb. Sehr gut. Passt. Freut mich. Bis dann. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.